Schauen wir uns das an. Ich muss etwas verändern. Eid, zeigst du, sagst du. Bevor ihr jetzt Angst bekommt, keine Sorge, dieses ist keins der Videos, wo ein YouTuber sich vor die Kamera setzt und sagt, dass er Burnout hat und jetzt erstmal eine Weile Abstand von Social Media braucht. Nein, nein. Oh, schade. Mir geht's grundsätzlich mental supi und keine Sorge, ihr bekommt mich hier nicht weg. Aber ich möchte heute mit euch mal ganz offen... Aber... ...hat jetzt Kontakt schuld. Aber wieso geht's dir mental gut? Siehst du denn nicht, was draußen alles abgeht? Was ist denn los? Die Welt geht unter, die Menschen ticken durch, sie wählen die Rechten, Demokratie fällt zusammen, alles geht in den Arsch. Und sie hat 117 Dislikes. Wie zum Fick hat sie 117 Dislikes? Von wem? Von den Wokis, oder? Weil sie eine Turf ist angeblich. Na gut. Grum. Danke und willkommen zurück. Danke für die Besos, Besos. Vielen Dank. Und frei über eine Sache sprechen, die mich in den letzten Monaten sehr belastet. Teilweise privat, größtenteils aber auch im Sinne von Weltschmerz, den ich fühle, wenn ich ins Internet blicke. Und hier ist es egal... Ah, also doch. Aber mach dir keine Sorgen, du hast ein Apple. Ob ich auf meinem Kanal in die Kommentare schaue oder in den Rest des Internets, also sei es unter einem beliebigen Tagesschau-Info-Post oder unter einem unterhaltsamen TikTok oder wenn ich ganz lebensmüde bin und mal auf Twitter gehe und da schaue, was da abgeht. Ich sehe gefühlt nur noch Accounts, die sich streiten und die wütend sind. Accounts, die sich ankeifen, diffamieren, beleidigen und Accounts, die aus jeder noch so kleinen Sache ein Politikum machen. Absolut. Accounts, die für sich behaupten, im Recht zu sein, die einzige Wahrheit zu kennen und die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Accounts, die den Fehler immer bei dem jeweils anderen suchen. Keine Kompromisse, kein Verständnis und überhaupt keine versöhnlichen Worte. Debatten in Kommentarspalten entfernen sich meiner Beobachtung nach immer mehr von Wissenschaftlichkeit und Logik und werden tendenziell immer dogmatischer und fast schon religiös geführt. Und dann ist da noch diese unfassbare Dummheit, um es wirklich mal einfach auszudrücken. Danke, absolut. Es ist wirklich, vielleicht ist euch aufgefallen, ich bin nicht mehr wirklich aktiv auf Twitter, weil ich kann nicht. Ich gehe auf Twitter, ich lese drei Kommentare und denke mir, ja fuck, sind die Leute dumm. Unpackbar, wie blöd Leute sind. Und dann gehe ich einfach wieder raus und ich denke mir, ja, ich kann einfach nicht. Ich kann einfach nicht. Es geht nicht. Ich kann jetzt nicht in die Diskussion. Ich werde jemanden beschimpfen. So spätestens beim zweiten, dritten Satz werde ich schimpfen müssen. Ich werde sagen müssen, du bist dumm, du Hurensohn. Aber deswegen gehe ich einfach raus und denke mir, nein, 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 lass dich nicht darauf rein. Das brauchst du nicht. Wozu? Also ich habe die Tage so auf Instagram geteilt. Da habe ich so ein KI-Fake-Video von Ricarda Lang gesehen. Nein, es ist vor allem so, ja, du sagst, du bist auch nicht mehr auf Twitter. Das ist wirklich unerträglich, tatsächlich. Es ist so, die Leute sind dumm. Es ist einfach, du sagst etwas, sie verstehen etwas vollkommen anderes und dann reden sie irgendetwas so, du siehst richtig, die wollen provozieren oder sie erfinden irgendeine Scheiße oder sie beleidigen oder sind überheblich. Oder es ist einfach so kaputt. Es ergibt null Sinn. In welchem eindeutig klar wird, dass es sich um einen Fake handelt, weil erstens das Originalzitat ein berühmtes Zitat vom Drachenlord ist, zweitens die Mundbewegungen überhaupt nicht stimmen und drittens es ganz fett und breit über dem Video steht, dass das hier KI generiert ist. Und trotzdem rallen die Menschen in den Kommentaren das nicht, werden wütend, werden polemisch. Aber naja, da kann ich wahrscheinlich eh nicht so viel ausrichten. Das ist genau wie mit diesem Shurioka-Satire-Account auf Twitter, den Leute dann reposten und sagen so, ja schaut euch an, was sie hier gesagt hat. Und es steht so riesenfett einfach fucking Satire-Account, heute gesehen erst. Okay, alles gut. Rück zu der Wut und dem Streit. Ich weiß natürlich, woher das tendenziell kommt. Im Internet ist es einfach so, dass meist eher die Leute Kommentare schreiben, die emotional in eine Sache involviert sind. Wer ein spannendes und gutes Leben hat und vielleicht ambivalent oder differenziert zu einem News-Posting eingestellt ist, Was heißt vielleicht mein Talisha Joe auch dich? Wie kann sie mich meinen? Wir haben keinen Kontakt auf Social Media. Ich habe das gerade erzählt. Ich habe ihr auf Instagram geschrieben, sie antwortet mir nicht. Wie kann sie mich meinen? Der verschwendet seine Zeit einfach nicht, indem er da drunter schreibt, Ah ja, das ist eine interessante Information. Vielen Dank für diesen tollen Post. Ich muss sagen, in der einen Hinsicht sehe ich das so, in der anderen Hinsicht aber so. Wie auch immer, ich wünsche noch einen schönen Tag. Das macht keiner. Solche Menschen schreiben keinen Kommentar. Kommentare schreiben nur Menschen, die für ein Thema brennen. Also sich dann entweder über das jeweilige Posting aufregen oder die, die sich über die aufregen, die sich über das Posting aufregen. Projektion spielt meines Erachtens auch eine riesige Rolle. So werden Personen des öffentlichen Lebens Angriffsfläche, weil man auf uns einfach supergut seinen ganzen Frust und seine Wut abwälzen kann. Absolut. Es kommt bei mir mittlerweile immer häufiger vor, dass mir irgendwelche politischen Agendas unterstellt werden. Und zwar immer die, die der jeweilige Kommentarschreiber gerade als Feindbild sieht. Das wird langsam wirklich absurd. Also mal bin ich das grünen U-Boot, dann wiederum soll ich CSU und AfD in die Karten spielen. Dann bin ich aber wieder die woke Fotze und dann bin ich wieder die, die den Antifeministinnen nach dem Mund redet. Ich kenne das. Ich kenne das so gut. Ich kenne das so gut. Es ist einfach so, es ist einfach wirklich so von Video zu Video, das ich mache. Das eine Video mache ich einfach gegen die Rechten. Dann heißt es plötzlich, ja, wir sind voll woke geworden. Dann mache ich ein Video gegen die Wokis. Bist du mal wieder zurück zu dem Falsschuss? Okay, ja man, genau das ist es. Ihr seid jetzt nicht einfach beide lost as fuck und gehört den ganzen Tag kritisiert. Nein, es ist einfach das Problem, dass ich euch kritisiere. Wahrscheinlich bin ich, heute hat einer geschrieben, der hat gesagt, ja Winn, du bist ein Opportunist. Warum bin ich ein Opportunist? Deswegen, weil ich jetzt auch sie kritisiere. Weil bis jetzt habe ich diese Leute nicht kritisiert, aber jetzt kritisiere ich auch diese Leute. Deswegen bin ich ein Opportunist. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ob ich ein Opportunist bin. Ich bin nicht wirklich ein Opportunist. Ich würde sagen, dass ich eher, wenn ich ein Opportunist wäre, mit irgendeiner von diesen zwei lobotomierten Gruppen mitschwimmen würde. Das würde mir mehr nützen, sowohl finanziell wie auch reichweitentechnisch. Aber ich glaube, dass ich in Wirklichkeit, und das ist mein großer Fehler und meine große Schwäche, ich interessiere mich für die Wahrheit. Ich brauche, dass ich dort stehe, wo ich glaube, wo die Wahrheit ist. Wenn ich glaube, dass es wahr ist, dass die Influencer XY-Rassisten sind, dann sage ich das. Dann denke ich nicht lange darüber nach, ob mir das Zuschauer wegnimmt, ob mir das Likes wegnimmt, ob mir das Geld wegnimmt, Support, Unterstützung, irgendeine Scheiß, Reichweite. Sondern ich sage das einfach. Und das war es dann. Und das Gleiche gilt für die Vokis und das Gleiche gilt für alle anderen. Ich sage einfach das, was ich glaube, was die Wahrheit ist. Und ich glaube, dass das, ich tue das deswegen, weil ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass das das Nützlichste und Sinnvollste für uns alle ist. Ich glaube, dass wenn das alle machen würden, hätten wir eine bessere Welt. Und deswegen mache ich das auch. Weißt du? Naja, du hast dich in letzter Zeit auch nicht besonders klug verhalten, hast dekadent die Schuld für Demonetarisierung gegeben. Fake News.1, ich habe ihm nie die Schuld dafür gegeben. Das ist falsch. Hast Shurioka ohne Not angegriffen? Absoluter Schwachsinn. Shurioka hat mich angegriffen. Ich habe sie nie angegriffen. Ich habe nur gesagt, dass das nicht die Version vom Feminismus ist, die ich für richtig halte. Das ist kein Angriff auf sie, sondern auf ihr Verständnis vom Feminismus. Es ist ein Riesenunterschied. Und dekadent habe ich nie die Schuld für die Demonetarisierung gegeben, sondern ich habe immer gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das aus dieser Richtung kommt. Ich habe nicht gesagt, dekadent ist Schuld. Und eine Option war, dass es irgendein Mitarbeiter war. Und dann haben wir herausgefunden, dass es in eine gewisse Richtung ging, oder? Beleidigst mit Hurensohn oder generell Mütter, das tue ich so gerne. Absolut. Ich finde schon, dass Salish ja auch dich meinen könnte, nur offens. Ja, aber das ist eben das so, wo du eben solche Sachen behauptest. Du hast das einfach für dich ausgedacht, was ich alles gemacht habe, was ich nie gemacht habe. Das ist ja genauso wie diese ganzen Rechten, die sagen, oh ja, Erwin ist jetzt auf einmal gegen Rechte, weil sein Kanal wurde demonetarisiert. Und jetzt muss er sich natürlich beim System einlutschen, damit das nicht nochmal passiert. Und deswegen geht er jetzt auf einmal gegen die Rassisten und nennt Leute Rassisten. Bro, ich habe euch fucking Rassisten genannt, da war ich noch gar nicht demonetarisiert. Ich nenne euch seit einem halben Jahr Rassisten. Ich nenne euch seit dem Winter circa Rassisten. Seit dem letzten Gespräch mit Schlomo, das war irgendwann im Dezember, oder weiß der Scheiß-Kuckuck, wann das war. Ja, aber nein, 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 nein. Irgendwer hat gesagt, in dieser dummen Bubble von Idioten, hat irgendwer gesagt, na, Erwin wurde demonetarisiert, deswegen geht er jetzt auf einmal, er will sich wieder mit den Wokis vertragen, das ist es, worum es geht. Irgendwer hat das gesagt und jetzt wiederholen das alle. Die haben das nicht überprüft, ob das stimmt, die haben nicht nachgedacht, ob das Sinn ergibt oder irgendetwas, sondern wiederholen das jetzt einfach so selbstverständlich. Für die ist das jetzt schon klar. Ja, genau das gleiche Mechanismus, der gleiche Mechanismus wie bei Dekadent, der damals gesagt hat, Erwin hat DAC7 vergessen. Und dann kommen diese ganzen hirnbefreiten Vollidioten und sagen plötzlich so, Erwin hat DAC7, hey Erwin, füll deine Steuer aus. Weil sie überprüfen nicht, ob das stimmt. Sie fragen sich nicht, könnte es sein, dass das nicht wahr ist. Nein, 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 sie wiederholen einfach, was sie irgendwo gehört haben. Und das ist, worum es da geht, das ist, wovon sie redet. Es ist einfach so, man unterstellt dir irgendwelche Sachen, greift dich wegen irgendeinem Scheiß an. Und dann aber, wenn du sagst, ihr seid solche dämlichen, verschissenen Hurenzöhne, dann ist es plötzlich so, er nennt Leute Hurenzöhne. Bro, ihr hättet viel mehr verdient. Seien wir uns ehrlich. Also nicht ihr im Chat hier, sondern die Leute, die so eine Scheiße irgendwo im Internet verbreiten. Eigentlich hättet ihr mehr verdient, als dass man euch nur Hurenzöhne nennt. Aber gut, okay, ist ja nicht so. Es geht nicht um Rache, sondern es geht darum, sich auch emotional abzureagieren über sowas. Hat Karl sich zum DRC7 eigentlich geäußert und entschuldigt, wie angekündigt? Nicht, dass ich wüsste. Nein, natürlich nicht. Gegenseite bin ich aber trotzdem eine Systemhure der Eliten und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich einfach bald bei Leroy. Wie ist das, eine Systemhure zu sein? Spaß beiseite. Macht dir das Spaß? War das schon ein Traum als Kind, oder was? Kommt jetzt her? Warum erzähle ich euch das alles nicht? Um irgendwie Mitleid zu erregen? Ich glaube, damit... Ja, ja, genau. Und dass ich jemanden gedoxt haben soll, wird auch so. Einfach hoffen gelassen. Genau, genau, genau. Das wird auch nicht korrigiert. Sondern es ist einfach so. Erwin mag auch Doxing. Warum nicht? Es ist so irgendwas einfach. Verstehst du? Und man erzählt einfach so die Urscheiße über dich die ganze Zeit. Aber wenn du dann einfach irgendwann einmal die Schnauze voll hast und sagst, ihr seid alle ein Haufen scheiß Hurensöhne, dann ist es einfach so... Also jetzt übertreibt er. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Euch kann man so viel ins Gesicht spucken einfach und man würde nicht übertreiben. Hurensöhne ist echt nicht schlimm. Wirklich nicht. Muss ich leider einfach leben als Person in der Öffentlichkeit. Ich erzähle euch das, um euch zu erklären, was sich auf diesem Kanal in Zukunft ändern könnte. Denn das ist für mich aktuell unglaublich frustriert. Stimmt, 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 stimmt. Oder wir machen es so. Ihr seid Schweine. Genau. Das werde ich jetzt immer einspielen, statt dass ich Leute Hurensöhne nenne. So ist das. Also darf ich dann auch sagen, deine Jugo-Mutti geht gerne auf eine deutsche Bukake-Party. Cool, danke. Wenn das deine Art ist, okay. Deine Jugo-Mutter lutscht super. Ja, aber die Frage ist halt, was du damit bezweckst und wieso du das sagst. Sagen dürfen tust du alles Mögliche. Aber der Punkt ist, warum machst du es rassistisch? Das ist die große Frage. Wieso ist die Jugo-Mutti auf einer deutschen Bukake-Party? Das ist die interessante Frage. Wieso geht es um Jugo auf einmal? Ach, nur ich darf das? Was darf ich? Habe ich jemals gesagt, deine deutsche Mutter? Aber Moment, 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 Moment. Habe ich jemals eine Mutter nationalistisch eingeordnet? Das ist noch nie passiert, oder? Wenn ich sage, du bist ein Hurensohn, dann sage ich nicht, dass deine Mutter eine deutsche Hure ist oder eine russische Hure oder eine jugoslawische Hure. Das habe ich nicht gesagt, oder? Weißt du, was ich meine? Schon ein Unterschied, findest du nicht? Warte mal, dann schauen wir mal, ob er noch was sagt. Aber ich meine, er scheint ein Voki zu sein, ja. Du ordnest andauernd deutsche nationalistisch ein. Kannst du mir ein Beispiel geben, wie ich das mache? Naja, also es gibt die Deutschen, die mir vorwerfen, ich würde ihnen ihre Kultur und ihre Nationalität absprechen. Und du sagst, dass ich deutsche nationalistisch einordne? Inwiefern? Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das würde mich interessieren. Jetzt heul nicht, wenn das Echo kommt. Deine Mutter lutscht halt gerne. Ah, jetzt habe ich dich gekriegt. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen mir und dir. Ich beleidige, wenn ich mich emotional abreagieren will. Du beleidigst, wenn du keine Argumente hast. Das ist der Riesenunterschied zwischen mir und dir, verstehst du? Das ist der Unterschied. Ich beleidige nicht, wenn ich keine Argumente habe. Ich beleidige dann, wenn ich mir einfach denke, pfui, verstehst du? Riesenunterschied, bro. Danke fürs Mitspiel. ...dustrieren, politische Videos zu veröffentlichen. Dieser Hass, den ich wirklich von allen Seiten gleichermaßen bekomme, blockiert mich regelrecht, irgendwie neue Videos zu produzieren. Das ist einfach eine Blockade in meinem Kopf. Weil ich immer versuche, jede potenzielle Kritik, die von jeder Seite kommen könnte, mit einzuberechnen. Aber das geht eigentlich nicht, weil dann müsste jedes Video fünf Stunden lang sein und Minuten. Ja, das ist auch ein Fehler irgendwie, ich kenne das. War bei mir früher auch so, dass ich mir immer überlegt habe, so, boah, der wird das sagen, der wird das sagen, der wird das sagen. Und passt schon, alles gut. Ein lange Rechtfertigungstiraden enthalten. Ich finde, die ganzen so angesehenen YouTuber, so wie sie und so, sollten viel härter anfangen zu reden. Ja, weil es gibt ja so bei ihr und bei vielen anderen, also wenn du erfolgreich sein willst auf YouTube, musst du dich hundertmal entschuldigen, alles erklären. So, wenn du irgendetwas sagst, dann musst du so hingehen und so, ja, aber ich meine nicht das, bitte nicht falsch verstehen an der Stelle. Und hey, ich habe ja eigentlich gar nicht das sagen wollen. Hey, bitte, missversteht mich hier nicht. Eigentlich geht es mir darum. So, machen alle, ja. Und ich finde, man sollte damit aufhören. Man sollte damit aufhören. Weil, schau mal, die Leute sind viel zu schnell darin, einfach Conclusions zu ziehen. Einfach so Schlüsse zu ziehen, ja. Die hören einfach irgendwas und sagen, ah, alles klar. Ja, ja, eh, ist alles klar. Wenn ich deinen Kopf hätte, wäre mir auch alles klar. Ich produziere mittlerweile wirklich fast lieber Reactions auf meinem Zweitkanal. Das mache ich eigentlich fast täglich, weil... Nein, du sagst, weil sie mit Bert Feldt rangehen, nicht unbedingt, sondern einfach, weil sie dumm sind. Tut mir leid, aber es ist wirklich so. Es sind einfach Menschen, die nicht verstehen, dass ihre Weltsicht beeinflusst, was sie sehen. Okay? Das heißt, wenn ich bestimmte Vorurteile habe, wenn ich bestimmte einfach Biases habe und komisch auf Dinge schaue, ist es egal, was ich anschaue. Ich werde ein verzerrtes Bild sehen, ja. Und diese Reflexion findet bei den meisten nicht statt. Das heißt, die meisten Leute, wenn du etwas gesagt hast, hören das, was sie hören wollen und sie überlegen absolut keine Sekunde lang, ob sie einfach das so für sich interpretiert haben, dass es ihnen gefällt oder es tatsächlich so gesagt wurde. Das heißt, diesen Filter gibt es nicht, sondern es ist einfach, jemand hat etwas gesagt, ich habe etwas verstanden, passt, alles in Ordnung. Siehst du, so wie dieser Mensch hier, der sagt, du hörst dich wieder an wie Dara. Großartig, Bruder. Danke für das Beispiel, danke. Ort aufgrund der niedrigeren Zuschauerzahlen und dem entspannten Setting die Hürde nicht so groß ist, perfekt und ausgewogen zu sprechen. Und auch der Game of Thrones Podcast, den ich seit November mit einem Kollegen mache. Alle anderen sind dumm, nur du nicht. Ah, das ist cool. Nein, 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 nein. Das passiert oft so. Nein, 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 du verstehst nicht. Nur weil du andere Meinungen hast als ich und vielleicht dumm bist, kannst du nicht einfach alle anderen vereinnahmen und auf deine Seite stellen. Ja, das ist ja auch so, wo ich letztes Mal die Dings Rassisten genannt habe. Da kommen auch so Leute unten in die Kommentare und sagen dann so, ja, du hast verstanden, dass sie Rassisten sind, sonst niemand. Alle dumm, außer du. Nein, Bro, du bist dumm. Nicht alle. Wieso ziehst du alle mit hinein? Du bist dumm, du hast es nicht gecheckt. Und es ist nicht schlimm, dass du es nicht gecheckt hast. Aber bitte ziehen nicht alle mit hinein. Die haben nichts mit dir zu tun. Die meisten anderen haben es gecheckt. Die sehen es genauso wie ich. Alles ist in Ordnung. Es ist mittlerweile so eigentlich, ja, fast eines meiner Lieblingsprojekte geworden. Einfach, weil es da um pure Unterhaltung geht und nicht um irgendwelche komplexen politischen Angelegenheiten, wo dann wieder irgendwelche Menschen getriggert sind, mir ihre Wortkotze da zu lassen. Also nochmal für Meinungen, für konstruktive Kommentare, die auch die Mehrheit ausmachen. Na, ich glaube so, wenn sie sagt, ich muss etwas verändern. Ich würde sagen, das, was du verändern musst, ist einfach Leute bennen. Wenn jemand mit so einer dummen Scheiße kommt, einfach bennen. Wirklich, ohne Scheiß. Weil, sollen sie doch mit sich selbst reden. Sollen sie sich doch ficken. Na, wirklich, ohne Scheiß. Weil wozu schaut man sich das an? Weil es kommt einfach irgendein Mensch, der einfach sich nicht mal eine Sekunde Zeit genommen hat, darüber nachzudenken, was du gesagt hast und einfach mal zu reflektieren, wer man selbst ist, sondern kotzt dir einfach vor die Füße. Wenn das ein Club wäre, wo er dir vor die Füße kotzt, würde der Türsteher kommen und ihn rauswerfen. Warum soll es in einem Chat anders sein oder irgendwo in den Kommentaren oder auf Twitter oder sonst wo? Bin ich natürlich offen und da freue ich mich auch riesig drüber, aber die Menge an fiesen Kommentaren nimmt einfach zu. Ich glaube, das ist nicht nur, weil ich größer werde auf meinem Kanal, sondern das ist auch definitiv irgendein Frust in der Gesellschaft. Ich habe keine Ahnung. So, ich will aber auch nicht auf politische Inhalte verzichten. Man könnte jetzt natürlich erst mal darüber diskutieren und die Frage stellen, ja, was ist überhaupt politisch? Ist nicht am Ende alles politisch? Ich meine jetzt mit politisch wirklich diese größeren gesellschaftlichen Entwicklungen und nicht die Frage, was Kathi Hummels schon wieder Peinliches auf Instagram gepostet hat. Naja, aber die Realität ist, dass die meisten Leute Politik wie Fußball betrachten. Sie haben sich ein Team ausgesucht und diesem Team sind sie treu bis in den Tod, okay? Und Gott bewahre, dass sie einfach eine Sekunde nachdenken. Gott bewahre, dass sie einmal ehrlich sind, wenn es um ihre eigene Mannschaft geht. Gott bewahre, dass sie einfach mal kurz dastehen und sich überlegen, warum laufe ich wie ein Schaf in einer Herde mit und bin resistent gegenüber jeder, jeglichen anderen Meinung. Das ist so, aber ja, die sind halt so. Viele Menschen wurden von der Schule so dahingehend ruiniert, dass sie nichts anderes machen können, als sich einfach einzuordnen. Und sie suchen einfach danach. Sie suchen danach. Sobald du sie fünf Minuten dastehen lässt und sie nicht indoktrinierst, sondern sie einfach in Ruhe lässt, suchen sie sich eine Sekte, der sie sich anschließen können. Wo sie einfach so Hoffnung zehren können, wo sie sich anpassen können und wo sie sich, weißt du was ich meine? Das ist aber wirklich Real Talk. Und das ist aber, sie wurden von der Schule und von unserer Gesellschaft dazu erzogen. Sie wurden dazu erzogen, dass sie nicht selbstständig denken, sondern dass sie sich einfach dem Erstbesten unterwerfen, der ihnen einfach irgendein Heilsversprechen bringt. Es ist so furchtbar einfach. Wirklich. Um sie hier einfach mal als Beispiel zu nehmen. Sorry. No offense. Also bald steht die Europa. Aber alle nennen sie sich Selbstdenker. Das ist wichtig. ...Wahl an und nächstes Jahr haben wir Bundestagswahlen. Und da käme es mir einfach falsch und unverantwortlich vor, jetzt irgendwie auf meinem YouTube-Hauptkanal nur noch Gossip-Themen zu bringen. Vor allem, da ich das auch nicht mehr persönlich so... Du spielst doch auch in einem Team Shit, jetzt hast du meine fucking Doppelmoral aufgedeckt. Damn! Fuck, fast wäre ich durchgekommen. Scheiße! Siehst du, das ist ein aufmerksamer Zuschauer. Fuck, 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 fuck. Ich habe gedacht, ich komme tatsächlich durch als jemand, der nicht zu einem Team gehört und der nicht blind einfach einem Team folgt. Fuck, aber man ist mir auf meine scheiß Doppelmoral gekommen. Danke. Danke, dass du so aufmerksam bist. Großartig. Großartig. Ich mag einfach über irgendwelche Influencer XY abzulästern. und da ich mich privat auch viel... Ich habe ursprünglich ein fucking Video gemacht, wo ich Sarah Wagenknecht kritisiert habe. Wo ich gesagt habe, dass ich kein blinder Gefolge von Sarah Wagenknecht bin. Ich habe einfach Leuten hier mehrmals schon gesagt, Sarah ist nicht die Lösung. Verlasst euch nicht einfach auf Sarah. Sie wird nicht eure Probleme lösen. Aber gut, ja, klar. Aber Doppelmoral aufgedeckt. Danke, danke für deine Mitarbeit. Mehr mit so größeren Themen gerade beschäftige und nicht mehr so viel auf Instagram, TikTok und Co abhänge und dementsprechend diese ganzen Influencer, über die man da potenziell berichten könnte, nicht so stark verfolge wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Ja, du sagst, Sarahs Beine sind die Lösung. Hast du schon mal die von Kostubek gesehen, Alter? Was sind also meine konkreten Maßnahmen, um aus diesem Dilemma rauszukommen? Ich werde euch diese jetzt mal nennen und auch meine Gedankengänge dazu erklären, damit ihr euch einfach in Zukunft nicht irgendwie wundert, wenn sich auf meinen Kanälen was verändert oder wenn ich Dinge mache, die ich vielleicht sonst nicht gemacht habe. Und eigentlich will ich es auch einfach mal loswerden an irgendjemanden da draußen, wie es mir gerade geht. Geht. Erste Maßnahme, mehr mit Menschen in den Diskurs gehen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, dass ich in letzter Zeit vermehrt mit anderen Creatoren, aber auch mit Menschen aus Magazinen und Zeitschriften oder mit Personen aus TV und Fernsehen in den Dialog trete. Ich persönlich bin der Überzeugung, man kann mit allen Menschen reden, sofern man gut genug vorbereitet ist und sofern sich deren Meinungen im demokratischen Meinungsspektrum befinden. Du brauchst keine Vorbereitung für mich. Du brauchst keine Vorbereitung. Ich rede ganz normal. Du musst dich nicht vorbereiten, alles ist in Ordnung. Aber du kannst optional die ganzen Alert-Tweets lesen, da weißt du alles über mich. Überhaupt kein Problem. Also ist es besser, gar keine Lösung zu haben, weil nur dann hat man ja kein Team, oder? Nein. Du kannst auch dich lösungsorientiert positionieren und an Lösungen interessiert sein und du hast kein Team, glauben wir. Weil, weißt du, das Problem an Teams ist, dass sie nicht an einer Lösung interessiert sind, sondern nur an Anbetung der Erlösung, die sie sich überlegt haben. Teams beten Erlösungen an, Menschen suchen Lösungen, die bubblefrei sind. Und wenn du eine Lösung suchst, ist das Interessante, dass du immer gegen jede Bubble laufen wirst. Weil die eine Lösung erfordert Kritik an der einen Bubble, die andere Lösung an einer anderen Bubble. Das ist der Grund, warum Erwin sich mit niemandem verträgt, wie Nazis und Vokis gemeinsam sich einig sind. Ich kann mich nicht vertragen, aus dem einfachen Grund, weil ich bin schon der Wahrheit verpflichtet und ich kann nicht mir einfach lügen für irgendeine Sekte, die mich eingeladen hat. Das geht nicht. Was ist denn deine Lösung dann und wie kommt es, dass da keine Bubble aka Team dahinter steht? Naja, das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Da steht schon einige Menschen dahinter. Ich sehe hier schon ein super Team, aber wir sind keine Bubble, weil hier denkt immer noch jeder selbstständig. Das ist halt das Wichtige an der ganzen Sache. Nicht jeder Rechte ist ein Nazi. Doch, doch. Unglaublich. Unglaublich sicher. Doch. Fix. Meiner Auffassung nach müssen wir sogar für unsere Demokratie mehr in den Austausch gehen und aufhören, Personen kategorisch zu canceln. Egal von welcher politischen Haltung aus, weil das erlebe ich in verschiedenen Lagern mittlerweile, dass man versucht, irgendwie Personengruppen auszugrenzen. Ich bin absolut der Ansicht, dass wir wieder mehr diskutieren müssen, auch oder gerade wenn wir nicht einer Meinung sind und wenn wir vielleicht in manchen Dingen auch komplett unterschiedliche Weltanschauungen haben. Zweite Maßnahme, mehr seichtere Themen auf dem Hauptkanal. Ich werde in der nächsten Zeit vermutlich etwas leichtere und kürzere Themen auf dem Hauptkanal besprechen. Nein, gib doch nicht den Idioten nach. Nicht minder wichtig oder so, aber es sind vielleicht auch teilweise eher nischigere, kleine, kompakte Themen. Einfach, weil ich nicht jedes Mal einen 30-Minuten-Brecher mit 20 Quellen etc. abliefern müssen will. Nein. Also ich habe mir im Kopf irgendwie so selbst so eine Hürde aufgebaut, dass jedes Video jetzt wieder, keine Ahnung, groß und krass sein muss, weil ja auch so viel Zeit zwischen den Videos liegt. Aber das ist ein Teufelskreis. Und jetzt wieder vielleicht ein paar kürzere Videos zu machen, ist für mich einfach so eine Maßnahme, die nächsten Wochen Kraft zu tanken für andere Projekte, aber auch um wieder so eine Regelmäßigkeit zu bekommen. Denn es kann einfach nicht sein, dass ich, keine Ahnung, mein letztes Video wieder vor 20 Tagen hochgeladen habe und dann wird es immer wieder schwieriger, das nächste Video zu machen, weil man sich dann denkt, ja Moment mal, vor 20 Tagen, ja dann muss das nächste Video ja wieder krass sein. Weil wenn ich jetzt irgendwie so ein seichtes Thema abliefe, egal, ich verliere mich in Gedankenströmen. Es wird vielleicht einfach etwas simpler, kürzer, knackiger und dafür aber auch öfter. Dritte Maßnahme, politisches Engagement. Klingt jetzt erstmal total konträr zu dem, was ich in Punkt 2 gesagt habe. Schon ein bisschen. Dass ich weniger große Themen angehen will, aber... Sie macht nur noch Unterschriftenlisten, keine Videos mehr. Ich persönlich habe mich wirklich in den politischen Parteien wiedergefunden, die man in Deutschland gerade so im Bundestag sieht. Genauer gesagt, habe ich zwar immer brav gewählt, wirklich jede Wahl. Was hast du gewählt? Aber ich habe immer das gewählt, was ich halt in diesem Moment für das kleinste Übel gehalten habe und wo ich die meisten Überschneidungen hatte. Also KPD. Was die Parteiprogramme betrifft. Kleinparteien habe ich nie gewählt, weil ich das damals... MLPD, einfach straight. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, für taktisch unklug hielt, so nach dem Motto, ja, wenn ich eine kleine Partei wähle, dann verfällt ja quasi meine Stimme. Was aber nicht ganz richtig ist, beziehungsweise man könnte sogar sagen, was falsch ist. Und im Zuge der Europawahl möchte ich das das erste Mal für mich ändern. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ins Europaparlament können auch Parteien einziehen, die etwa zwischen 0,5 und 0,7 Prozent der Stimmen erhalten haben. Also dann kann man schon einen Abgeordneten dorthin schicken. Und das ist meines Erachtens eine riesige Chance, politische Parteien wählen und kennenzulernen, die mehr mit dem zu tun haben, was wir persönlich wollen. Die vielleicht auch eine echte Alternative sind und sich nicht nur Alternative nennen, wenn ihr wisst, was ich meine. Parteien, die sich vielleicht auch nirgendwo auf diesem klassischen Spektrum zwischen links und rechts einordnen, sondern andere Ideen der politischen Entscheidungsfindung haben. Ich werde daher in den nächsten Wochen versuchen, Vertreter an solcher kleinen Parteien in Interviews auf meinem Zweitkanal eine Plattform zu geben. Also ich möchte dort sowieso sehr gerne so ein bisschen etablieren, dass da ab und zu auch mal Talks kommen zu gewissen Themen und nicht nur Reactions. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Maßnahme, da so ein bisschen reinzustarten. Denn ja, selbst im Rahmen der Europawahl sprechen wir halt oft von diesen großen Parteien und die kleinen Parteien bleiben medial so ein bisschen auf der Strecke. Und ich versuche einfach politisch da dann diesbezüglich meinen Dienst zu tun. Wenn ihr dafür irgendwie Ideen oder Anregungen habt, schreibt mir das auch sehr gerne und folgt gerne dem Zweitkanal. Der heißt Genug Internet für heute. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, sobald es soweit ist. So, ich hoffe, dass ich euch mit diesen Worten wenig abholen und in meine Gedankengänge einbeziehen konnte. Am Ende muss ich auch noch mal ein fettes, fettes Danke dalassen an die schweigende Mehrheit. Ich nenne mich einfach mal so. Also die Leute, die meine Videos konsumieren und vielleicht nie kommentieren. Die Leute, die ab und zu kommentieren und eben immer sehr, sehr sachlich bleiben. Auch gerne Kritik äußern, aber eben nicht beleidigend werden, nichts unterstellen und so weiter. Und auch ein ganz, ganz großes Danke an die Leute, die ich so privat treffe. Talk mit Frank Franz unbedingt. Die mir genauso was feedbacken. Also ich treffe manchmal Leute, die mir sagen, ey, ich gucke deine Videos. Die ist ja eigentlich eine Kleinstpartei. Und wenn du ihn fragst, würde er auch sagen, dass er weder rechts noch links ist, oder? Deine Videos regelmäßig. Für mich ist das interessant, für meine Meinungsfindung. Ich bin nicht immer deiner Meinung, aber das ist ja auch egal. Danke. Ihr gebt mir wirklich so einen kleinen Hoffnungsschimmer in die Demokratie, wenn ich das mal so offen sagen darf. Ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt. Abonniert diesen Kanal gerne, wenn ihr beim nächsten Video wieder zuschauen wollt. Folgt mir auf den anderen Plattformen, die ich gerade genannt habe. Da werde ich nochmal eine ganze Liste einfach ganz oben in der Infobox irgendwie anbringen, damit ihr die Kanäle finden könnt, die ihr finden wollt. Und ja, jetzt geht es mir, glaube ich, irgendwie ein bisschen besser. Dankeschön. Okay, ich weiß nicht, wie das jetzt tatsächlich geholfen hat, aber okay, ja, ich kann das gut nachvollziehen, bis zu einem gewissen Grad. Aber man darf da nicht nachgeben. Aber ja, wahrscheinlich bin ich ein Idiot, wahrscheinlich sollte man nachgeben, wahrscheinlich sollte man sich einfach, weil mit wem legst du dich an eigentlich? Das sind doch verlorene Charaktere, Alter, in Wirklichkeit. Na gut, weiß nicht, was ich sagen soll. Na gut.